Die Mannschaft weiß sehr genau, was wir von ihnen verlangen, was sie auch von sich verlangen und deshalb wollen wir gemeinsam als Ganzes wieder funktionieren und erfolgreich Fußball spielen. Und das wird auch am Sonntag das Wichtige sein. Da ist es nicht so, dass wir jetzt durch das Cup aus irgendwo wieder was herzaubern müssen, was wir jetzt nicht wollen oder nicht hätten und da glaube ich schon, dass jeder weiß, um was es am Sonntag auch wieder geht. Für uns sind es einfach mal bis zur Punkteteilung fast nur noch Endspiele und da gilt es gegen gewisse Mannschaften nicht zu verlieren, um den Abstand zu wahren, gegen direkte Gegner zu gewinnen, um Positionen gut zu machen und wenn uns das gelingt, dann werden auch wir nochmals ein Wörtchen mitreden. Wenn nicht, dann werden wir uns relativ bald auf das untere Playoff einstellen können, aber bevor das nachher nicht Fakt ist, werden wir jeden Tag alles dafür geben, dass wir eine Chance haben werden und deshalb gilt es am Sonntag 95 Minuten lang rapid zu bekämpfen, damit wir am Ende wieder einen Sieg vereinen und da wird auch das Publikum sehr wichtig sein und das war auch gegen Austria Wien von Beginn weg spürbar, dass wir die Unterstützung haben und deshalb wird es am Sonntag auch ein gemeinsames werden und wenn es eine Gruppe einzeln probieren wird, wird es wahrscheinlich nicht reichen.